Ciao zusammen, ich bin Patrick, Gebäudereiniger im dritten Lehrjahr im Kantonsspital Aarau. Und heute sage ich euch, was ich in meinem Berufsalltag erlebe. Kommt mit! Im Spital sind Hygienevorschriften sehr hoch. Darum gehört es zu meinem Arbeitsalltagsreinigen von den Patientenzimmern, was sehr wichtig ist, dass ich die Vorgaben und die Reinigungsabläufe einhalte. Aufgrund des guten Teams und der super Stimmung habe ich mich für den KSH entstanden. Zudem wurde ich super aufgenommen und werde immer unterstützt bei meinen täglichen Arbeiten. Das Coolste an meinem Beruf ist die Zusammenarbeit mit den Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen, die abwechslungsreiche Arbeit, Fachkenntnisse über Materialien und Mittel, die ich auch in meinem privaten Leben verwenden kann. Und dass man in unterschiedlichsten Betrieben arbeiten kann, wie Spital, Altersheim oder Industrie. Ein Anschlag, den ich den Schülern, die zur Zeit in der Berufswahl sind, mitgegeben habe, ist, dass sie möglichst frühzeitig schnuppern, sich bewerben und vor allem in möglichst viele Arbeitsfelder hineinschauen. Wir suchen Menschen mit Herz. Gehörst auch du dazu und dir hat den Einblick in meinen Berufsalltag gefallen, dann bewirb dich doch als Gebäudereiniger.